Hochsensibilität und Altruismus Wenn die Selbstlosigkeit uns aufrisst Laut Elaine and Erin, der Entwicklerinnen des Modells der Hochsensibilität, ist das Verhalten vieler hochsensibler Menschen von Altruismus geprägt. Altruistische Menschen sind selbstlos, uneigennützig und bisweilen aufopferungsbereit. Für mich sind Selbstlosigkeit und Uneigennützigkeit große Tugenden. Gleichzeitig ist es wichtig, für die eigene Seelenhygiene ein ausgewogenes Verhältnis zum gesunden Narzissmus zu halten. Denn sonst kann es die Lebenssituation sehr belasten. Wir neigen dann dazu, uns bis zum Burnout aufzuopfern oder geraten immer wieder an Menschen, die uns ausnutzen. Dann gerät das Gleichgewicht von Geben und Nehmen in Schieflage. Wenn wir wiederholt die Erfahrung machen, dass wir für das, was wir geben, nicht zurückbekommen, kann es sein, dass wir uns immer mehr von dieser egoistischen und undankbarem Welt zurückziehen. Wir nehmen sogar Vereinsamung in Kauf, um die Kränkung nicht mehr zu erfahren und verfluchen die Hochsensibilität. Doch auch hier gilt, dass die Ursache für unser Erleben hierfür nicht die Hochsensibilität ist, sondern die Erfahrungen, die wir mit ihr gemacht haben. In diesem Beitrag erfährst du, was zu diesem Kreislauf führt und wie du dich davor schützen kannst. Hochsensible Menschen haben oft eine hohe Empathiefähigkeit und ein stark ausgeprägtes Mitgefühl für andere. Diese Eigenschaften können dazu führen, dass sie besonders altruistisch handeln. Ihre stark ausgeprägte Wahrnehmung von Reizen und Erfahrung ermöglicht es ihnen, schnell auf die Bedürfnisse anderer einzugehen und angemessen zu reagieren. Allerdings können diese Fähigkeiten auch zu Überforderung führen, da hochsensible Personen schneller als andere durch soziale Interaktionen erschöpft werden können. Es ist wichtig, dass die Gesellschaft mehr Verständnis für die Hochsensibilität entwickelt und ihre Fähigkeiten im Bereich des Altruismus wertschätzt und nicht ignoriert. Dieses Bewusstsein ist wichtig für Eltern, Pädagogen und Arbeitgeber. Denn der Altruismus kann sich als Stärke entwickeln, wenn das entsprechende Klima herrscht. Deswegen ist es wichtig, hochsensible Menschen schon im Kindesalter dabei zu unterstützen, einen gesunden Narzissmus zu entwickeln. Eine positive oder gesunde Ausprägung des Narzissmus bedeutet, dass wir über ein stabiles Selbstwertgefühl verfügen und effektive Methoden zur Regulierung desselben besitzen. Dann können wir für unsere Bedürfnisse einstehen, haben sowohl unser eigenes als auch die Bedürfnisse des anderen im Blick und achten darauf, dass die Selbstlosigkeit und die Uneigennützigkeit in Balance mit unseren eigenen Belangen ist. Dadurch wird verhindert, dass wir uns für andere aufopfern. Denn ein starker Faktor, der diese Balance grundsätzlich aus dem Gleichgewicht bringen kann, liegt in unserer Kindheit. Die Empathiefähigkeit von hochsensiblen Kindern ist besonders stark ausgeprägt. Sie schaffen es leicht, sich in andere hineinzuversetzen und wissen, was andere brauchen, damit es diesen besser geht. Es geht ihnen darum, zu helfen. Und sie sind gute Zuhörer. Das sind wunderbare Fähigkeiten. Und gleichzeitig kann es für das Kind eine große Last werden, wenn wir als Eltern das nicht im Bewusstsein haben. Hochsensible Kinder wirken oft sehr reif für ihr Alter. Wenn wir als Eltern selbst bedürftig sind, kann es passieren, dass wir vergessen, dass es trotz seiner Reife immer noch ein Kind ist. Wenn wir hier nicht aufpassen, prägen wir unsere Kinder auf eine Art und Weise, die ihr gesamtes Leben sehr erschweren kann. Natürlich wollen Eltern das nicht. Aber sie wissen es meistens nicht besser. Was sind die konkreten Auswirkungen, wenn wir als Kinder unsere Eltern versorgen müssen? Psychologisch gesehen kann es zu einer Umkehrung der Rollen führen. Das Kind fühlt sich verantwortlich für die psychischen, emotionalen und psychologischen Bedürfnisse der Eltern. Dies kann sich im Erwachsenenalter durch bestimmte Verhaltensweisen und emotionale Zustände manifestieren. Häufig entwickeln solche Kinder im Erwachsenenalter ein hohes Maß an Verantwortung und fühlen sich in Situationen verantwortlich, obwohl sie es gar nicht sind. Mit solchen Erfahrungen lernen wir, dass andere wichtiger sind als wir selbst und stellen das Wohlbefinden des anderen immer vor unser eigenes. Wir gehen ständig über unsere Grenzen hinaus und bemerken es oft gar nicht. Das kann so weit gehen, dass wir nicht wissen, was unsere eigenen Bedürfnisse sind und was wir wollen, weil wir nie gelernt haben, diese wahrzunehmen. Sollten wir dennoch unsere Bedürfnisse wahrnehmen, fällt es uns schwer, diese durchzusetzen. Denn es ist dann meist sehr mit Schuldgefühlen verbunden, da tief in uns der Glaube verankert ist, dass die anderen wichtiger sind als wir und dass es egoistisch ist, für uns einzustehen. Häufig sind wir uns dessen gar nicht bewusst, und opfern uns immer wieder aus einem inneren Antrieb und der Überzeugung heraus auf, dass wir dies tun müssen. Dies kann auch dazu führen, dass wir uns sehr stark um andere kümmern, aber kaum Energie zur Gestaltung unseres eigenen Lebens haben. Der innere Glaube, dass es nicht angemessen ist, sich um uns zu kümmern, führt dazu, dass wir zur Prokrastination neigen. Das kann uns daran hindern, unsere Rechnung zu öffnen, aufzuräumen oder zum Arzt zu gehen. Wenn es darum geht, jemand anderen zu helfen, schaffen wir diese Aufgaben sehr wohl. Ein weiterer Faktor, der uns das Leben schwer macht, ist die Tatsache, dass wir unser Selbstwertgefühl über die Fürsorge für andere bestimmen. Wenn wir uns nicht um andere kümmern, empfinden wir uns als wertlos. Diese Haltung füllt nicht nur zur völligen Überlastung, sondern bringt einen weiteren Aspekt mit sich. Wir suchen uns Menschen, die uns brauchen, damit wir uns gut fühlen. In unseren Beziehungen suchen wir uns Menschen, die vielleicht gerade in einer schwierigen Situation stecken, zum Beispiel Krankheit oder Trauer. Solange wir für den anderen da sein können, ist die Beziehung stabil. Geht es unserem Partner oder unserer Partnerin aber besser, wird es für uns schwierig, denn ohne die Notwendigkeit zu helfen, verlieren wir unser Selbstwertgefühl. Dadurch gerät die Beziehung aus dem Gleichgewicht. Doch nicht jeder Mensch, der augenscheinlich Hilfe braucht, ist wirklich bedürftig. Es gibt Menschen, die unsere Hilfe gerne in Anspruch nehmen, jedoch in keinster Weise etwas zurückgeben wollen. Dann fehlt uns die Bestätigung für die Hilfe, die wir häufig auch ungefragt leisten. Wir fühlen uns ausgenutzt und denken, dass wir zu gut für diese Welt sind und die Welt nur aus Egoisten besteht. Wenn wir uns in diesem Zustand befinden, geraten wir immer wieder an solche Menschen, was dazu führen kann, dass wir uns mehr und mehr zurückziehen und denken, alle anderen seien schlecht. Was uns jedoch nicht bewusst ist, wir ziehen diese Menschen immer wieder in unser Leben, weil wir uns gerade in dieser Spirale befinden. Außerdem zieht solch ein Verhalten häufig Narzissten an, weil diese es lieben, dass sich ihr Gegenüber ganz nach ihren Bedürfnissen richtet. Das sind nur einige mögliche Auswirkungen, die es auf uns haben kann, wenn unsere Eltern uns für ihre Bedürftigkeit missbrauchen. Und noch einmal, diese Auswirkungen sind keine Folge der Hochsensibilität. Es kann sowohl hochsensible als auch durchschnittlich sensible Menschen betreffen. Es ist wichtig, bei hochsensiblen Kindern besonders aufmerksam zu sein, da sie aufgrund ihrer altruistischen Veranlagung eine besondere Aufmerksamkeit erfordern. In meinem nächsten Beitrag geht es darum, wie Eltern ihre Kinder bei einer gesunden Balance unterstützen können. Aber was kannst du nun tun, wenn du dich als Erwachsener in diesen Erzählungen wiederfindest? Punkt 1 Erlaube dir Selbstfürsorge Stell dir vor, du bist ein Garten, der jahrelang dem Wetter und den Elementen ausgesetzt war. Ohne, dass jemand ihn gepflegt hat. Dieser Garten ist dein emotionales Selbst. Um ihn zum Blühen zu bringen, musst du ihm Zeit, Aufmerksamkeit und Fürsorge widmen. Beginne damit, Zeit alleine zu verbringen und zu lernen, was dir gut tut. Vielleicht ist es ein Spaziergang im Wald, ein gutes Buch, Meditation oder ein ausgiebiges Bad. Was auch immer es ist, erlaube es dir, dich selbst zu pflegen und zu betüdeln. Und wenn sich ein Schuldgefühl zeigt, sage dir, ich habe jahrelang andere Gärten gepflegt. Wenn ich jetzt nicht meinen eigenen pflege, gehe ich kaputt. Und wenn ich kaputt gehe, hilft das niemanden. Punkt 2 Setze emotionale Grenzen Ein weiterer wichtiger Schritt ist es, Grenzen zu setzen. Stell dir vor, du bist ein Haus und die Grenzen sind deine Mauern. Sie definieren, was und wer hineinkommen darf und was draußen bleiben muss. Lerne zu erkennen, was dich belastet und übe dann, nein zu sagen. Dies klingt sehr leicht, kann aber sehr schwierig sein. Denn Grenzen setzen geht über mehrere Ebenen unseres Seins. Gönne dir Ehrenrunden und wenn es für dich alleine nicht schaffbar ist, suche dir Unterstützung, einen Freund oder eine nette Arbeitskollingin, mit der du das Abgrenzen üben kannst. Und wenn du solch einen Menschen nicht in deinem Leben hast, suche dir professionelle Hilfe. Punkt 4 Suche generell nach Unterstützung Das Ungleichgewicht ist entstanden, weil eigentlich niemand angemessen für dich da war. Unser Körper-Geist-Seele-System muss erstmal die Erfahrung machen, dass jemand für uns da ist, damit dieses Erleben als Erfahrung in uns wachsen kann. Es ist wichtig zu erkennen, dass man nicht allein ist. Suche die Unterstützung, sei es durch Therapie, Coaching, Unterstützungsgruppen oder vertrauensvolle Freunde. In der Gemeinschaft finden wir die Stärke, unser kleines Schiff sicher durch die Stürme des Lebens zu steuern und uns dem sanften Rhythmus des Lebens zu öffnen. Dieser Beitrag oder Bücher können dir zwar wichtige Impulse geben, langen aber nicht aus, um das, was du nicht bekommen hast, aufzufüllen. Ein zusätzlicher hilfreicher Impuls, der dich weiterbringen kann, ist das Workbook, das du als Newsletter-Abonnent zu meinen Beitragsveröffentlichungen bekommst. Findest du dich in diesen Beschreibungen wieder oder hatten deine Erfahrungen vielleicht ganz andere Auswirkungen auf dein Leben? Schreibe es mir gerne in die Kommentare. Ich wünsche dir von Herzen viele Impulse, die dich weiterbringen. Und tschüss! Vertraue und glaube,